Begolo. Arise. A simple story. Drücke zum Starten eine beliebige Taste. Kann ich das auch auf dem Scheibett machen? Hallo, Trübert? 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 Baue. Ich kann das Wetter beeinflussen. 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 Ich muss nicht halten, ich muss einfach bloß drücken. Daumi, hi. Hallo. Ach, das bist du als Kind? Also das sind wir als Kind? Ist das die Geschichte? Die Story des Lebens? Hier liegt überall noch Schnee. Und es blühen hier Pusteblumen. Soll das quasi so ein bisschen der Frühling oder den Frühling simulieren? Wir sind ja im Winter aufgewacht. Yeah. Hopps. Hopps. Hopps, 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 hopps. Ähm. Und jetzt? Und jetzt? Hat es Schnee hier, ne? Ich mal mal Huhnen. So. Hier müssen wir hoch, denke ich mal. Oh Gott, die Perspektive. So kann man es natürlich auch machen. Bisschen nass geworden. Oh. Gott sei Dank. Oh. Wir können... Wir können, wir können Spuren legen. Die bleiben auch nicht lang, okay. Ja, ne? Ja, ne? Teilweise noch Schnee. Also, erster Eindruck, schöne Atmosphäre. Da oben glitzert was. Warte mal, da werden wir zuerst mal hingehen. Kommen wir da hin? Nee. Kommen wir... Aha. Erinnerung. Äh, wie? Wer? So? Ist das... Ist es das? Nee? Ist es das? Nee? Ist es das? Nee? So, macht er sich die Schuhe zu? Wie komme ich an die Erinnerung? Verdammt! Was? So nicht. So nicht? So nicht. Checkpoint erstatten? Blablabla. Erinnerung. Oh. Keiner wollte mit uns spielen. Aber wir hatten unsere Steine. Die waren unser Freund. Hm. Dankeschön. So, hier unten glitzert auch was. Und das ist ja nicht so, dass wir uns. Ganz schön. Danke, Herr. Schön. Herr Grin. Oh Ähm Ich Soll ich da Soll ich da Hä? Okay Also springen bringt nichts Okay Also springen bringt Vielleicht schon Ach da dreht Ja guten Morgen Na guten Morgen Machen wir so Uah Einmal hier rüber So jetzt müssen wir mal gucken Hier kommen wir dann runter Okay Rennen den Sand Oh Gott Hopp Ne hier komm ich noch nicht hoch Vielleicht hat man aus dem Ähm Oder an den Chat gefragt Also auf YouTube Wir sind hier gerade im Äh Livestream Und Mich würde mal interessieren Kennt das schon jemand Das Spiel Aus dem Chat Ist ja jetzt doch schon Ein paar Tage Also ich muss da hoch Da bin ich mir sicher Warte Ja So Aber der hält sich ja nicht fest Ne Ja Mehr so nicht Der hält sich nicht fest Der hält sich nicht fest Was Warte Ich muss doch da rüber Können wir noch weiter Ach Na guten Morgen Ich muss noch weiter Okay Oh Gott Perspektive Ah So dann einmal vorspulen Oh Dann einmal hier rüber Wieder Und dann ist hier wieder Sand Oh Gott So da können wir hochklettern Kommen wir auch hier hoch Hier drüben können wir auch hoch Da oben ist irgendwas Na Halt So rum Da oben ist irgendwas Jetzt würde mich aber mal interessieren Was ist hier drüben Ein Weg ist nur der richtige Ne Alle Und hoch Und 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 das auf meine jungen Jahre Ne Ach hier hinten ist noch Ah Okay Dann holen wir uns mal hier das Floß ran Und springen daneben Weil wir es können Perspektive ist so ein bisschen Ja Muss ich erst reinkommen So jetzt funktioniert aber Erinnerung Hm Es ist so langweilig Aber es macht Spaß Auf einem Stein zu liegen Der mit Schnee bedecktes Nassen Bauch zu bekommen Hat der Bauchnabelfusel Mal wieder ein bisschen rausgespült Hm Hm Oh 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 Hop So Huch Andersrum Im T-Shirt Im T-Shirt Vor allem Ja Im T-Shirt Oh Es gibt noch Fallschaden Oh Ja Gut Jetzt kannst du loslassen Ne Einen auf dem Hintern gesetzt Kennt noch niemand Okay Spring Und Da hoch Und Alle hopp So Da unten ist noch eine Erinnerung Da will ich zuerst hin Dann Dann Erinnerung Die anderen spielen Und rennen dem Mädel hinterher Die ärgern das Die haben noch so ganz komische Gesichter drauf Hm So hier drüben ist nix mehr Hier kommen wir auch nicht weiter Aber die schöne Atmosphäre ist es So Dann zieh dich mal hoch Und Dann Einmal Hier Ähm Da Wo Da 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 Oh 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 Geschafft Okay Oh 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 Ich denke, wir müssen da rüber, ne? Hier ist ein Floß, oder Floß, ja, ein Brett. Aber erstmal die Erinnerung. Und da kommen wir wahrscheinlich so nicht ran, ne? Ja, gut. Konnte ich mir schon fast denken. Mal sehen, ob wir hier hochkommen. Du wirst es wohl schaffen. Ah, hier ist die Stelle. Oh, nein. Ach, Mensch. Ich wollte bloß mal gucken, ob das Gras weich ist. Oh, Gott. Erinnerung. Oh. Hallo. Das ist mein Stein. Der ist... Du kannst ihn klein nehmen. Vor mir den. Da ist sogar noch Schnee drauf. Das macht übrigens Spaß, im Schnee zu sitzen oder zu liegen. Haben wir hier noch mehr? Ich kann die Kamera nicht schwenken. Sonst würde ich mich mal umgucken. Nee, ne? Hier ist nix mehr. Hier geht's bloß nach unten. Aber ich könnte mir vorstellen... Nee, könnte ich mir nicht. Okay. Wir sind schon... Von der Zeit her sind wir schon... ...ganz zurück. Nee, hier ist alles Wasser. Okay, dann kommen wir hier nicht weiter. Wee. 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 Aha. Aha. Senja, alles klar. Bring was mit. Oh je. Wah. Oh. Wah. So wurde übrigens... So wurde übrigens das Longboard erfunden. Hm. Hm. So. Einmal hier rüber. Oh und ab. Oh und ab. Oh. Ja. Oh 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 oh. Sportlich fürs Alter, ne? Und hochziehen. Jawohl. Oh, wir sind gleich da, ne? Das ist doch die Stelle, wo wir als Kind schon hingeschaut haben. Aufgesehen quasi. Ist hier noch unterwegs irgendwas, ne? Ja. Oh. Oh. Habe ich für dich gepflückt. Du nicht so schüchtern, du willst sie auch. Ah, schön. Ah, schön. Ah, schön.